oh ja chalet aber bombe da kann man ja gar nicht oben bei der bibliothek frau frost matten auslegen aber erst einmal hallo derseits und willkommen zurück bei rainbow 6 siege das war doch bloß das battle pass symbol das stadion symbol ist weg das waren ja immer neben dem jetzt kannst du spielen oder hier booster auspacken oder tüten angucken da waren immer so zwei fenster einmal stadion einmal battle pass ne stadion ist nicht mehr bei mir das ist ein großer battle pass knopf ich habe stadion noch zwei tage und darunter das an okay gegner im ibana also fast wenig aber steht doch da Äh, Krümmel, woanders? Hä, wo hat denn das noch? Na hier Oh, weiter, schieß mal Alter, du siehst auch nichts mehr, was? Ne, da war so ein dicker Spritzmann davor Ja, klar Pass auf, da fliegt doch ne Splitter rein Zwitschamse, Zwitschamse Oh, oh, oh Ne, die ist noch draußen Irgendwas wurde gerade in Stacheldraht geschmissen Hier gerade am, an der Garagenklau Termin machen auf, ich würde weggehen Fritschkrone habe ich, Fritschkrone habe ich Deine hockt hinten im Gemüsegelber, Ping Ach komm Ja, er kann da durchschießen, ist klar Denn das ist auch doof, Alter Wie der das anringt, ey Die sitzen wieder oben, irgendwann Hä, das geht durchs Fenster Achtung, die Gegner haben eine Waffe finalisiert Oh, oh Hab sie Ob ich das entschärfen hier höre Was? Klappe, 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 der Argel Ash Ash ist Verletzt Gut Ella ist, Ella ist, dass die Sten, Sten Zoppe Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt Lief der Energie, war es fast voll Ich weiß nicht, was sie da unten machen, aber Ja, genau Ich weiß nicht, was sie da unten machen, aber Ich mach die Küchenducke zu Die Bomben schützen Schutzplatten werden eingesetzt Die Gegner haben eine Bombe entdeckt Verteidigt Verstärkung, der war es abgeteilt Ist kaputt hier Hab eine Drohne frontal erwischt Zehn Sekunden noch Ach man, blödes Telefon, sei nicht so glitschig Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Auf eindliche Aktionen vorbereiten IQ haben wir Oh, jemand benutzt die Außenkameras, krass Ne, Mozi Drohne Wird so schön gewesen Ne, doch nicht Ich sorge für Ablenkung Ne, Mozi Drohne, die steht auf dem Fenster Aber das ist die Außen Ach so, Küchenfenster Oh Gott, die haben Kapital und der Feuer Darf hier bestimmt rein Hier ist ein Käfer Ach, da ist er Timid macht die Looker auf Der Mietmann. Oh, verhült er mir. Hä? Oh, verhült er mir. 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 Einer noch vor meinem Fenster. Nur noch ein Gegner übrig. Die Episode braucht aber lange, bis die da ankommt. Ich glaube, es rennt oben lang. Ja. 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 Kommt. Kommt. Jetzt wollte ich hier zusperren. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir da zu dritt hin. Was ist denn? Was ist denn? Was machst du denn? Drauf geschossen habe ich? Darauf geschossen habe ich. Hast du nicht? Doch, da ist Blut geflogen, rechts. Da klebt sie an. Nee, ist... Ist ja davor dran. Warum schießt du denn auf das Hologramm erst? Das hat dich voll verraten, ey. Das hat dich voll verraten. Du hättest aber warten können. Die muss doch... ...machen. Umbrücken müssen beide. Nee, du musst gar nichts. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ah. Achtung. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Machen die gerade auf die Reine raus. Ich habe keinen LMG dabei. Mist. Schon zu. Nee, noch nicht ganz. Nee, die wollen da rausrennen. Die haben hier aufgeschossen. Fünf Sekunden bis Einsatz. Hier, Maestro, da raus. Ich werde bestimmt da rechts am Baum einen Besauger anbringen. Und so Bombe fuhr und entschärft sie. Jetzt machen sie zu. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Haben sie zugemacht? Ja. Da liegt schon der EMP Herz. Entschärfer wurde erneut gesichert. Ja, aber... Ist wirklich ein böses Auge in dem Busch. In dem Baum. Ich habe es noch spaßsalber gesagt. Kaputt. Wir haben das Fenster oben ausgemacht. Pass auf. Na komm, ich bin Drohne bereit. Drecke mal G irgendwie. G für Garnate. Im kleinen Raum ist... Lade neues Magazin! Der Müt, ne? Sechsler Magazine! Vorsicht! Fenster oben offen. Boah. Hat mich schon. Ganz oben Kamerafrau. Bibliothek. Doc ist im ersten Ober... Also im... Erdgeschoss. Da ist hier noch eine Kamera. Was anzunehmen. Hm? Was anzunehmen. Die waren in der Bibliothek und ist da rausgepft. Hat sie bestimmt was eingebracht. Boah. Wie ist das hier unten? Ops. Maestro ist links an der Wendeltreppe. und hinten rot am tischen einander direkt vor meiner kamera ist eine gummina genau wenn die treppe immer schön die granaten werfen guckt hat auch erst mal gedrückt für groene für groene ja genau das ist auch so eine groene oben sind schöne häuschen mit schnee das böse auge da draußen ist zwar gut wenn es nicht entdeckt wird und der mit was anbringen will aber wenn du irgendjemanden hast der das böse auge ärgern kann das ding ja sofort verschenkt ja vor allem wenn du es weißt dass es da muss nicht weiß dann ein termit fleißig anbringen dann ist das zeug weg aber das ist ja klatsch ich guck mal also ich bin zu maßchen gesagt dann küche küche hat eine bombe lokalisiert zehn sekunden fünf sekunden bis einsatz kommt ja gleich jemand von links zur lücke gekrabbelt oben büros jemand bürger ich habe noch drauf schießen ist im büro dass man sich ja nirgendwo dran sein kann und der terrasse kannst du nicht sein ja super ich habe eine mp-sanat geworfen der entschärfer ist nicht länger in deinem besitz oh gott ist jemand über das mikrofon gestolpert jetzt muss man hier drüber springen jäger links an der treppe oben die bombe wurde lokalisiert ega ist der letzte doch ist oben ne küche ist einer im küchenfenster ein ein verbleibender operator vom eigenen trupp boah nutzlos was woher macht ihr denn ich hoffe in zukunft werden noch mehr gegnerische maestros ihre bösen augen außen bei der garage in dem tannenbaum anbringen die sind nämlich leichtes futter aber auch nur wenn man was zum aufmachen dabei hat mal gucken ob das noch jemand macht ich habe es vorher noch angekündigt habe ich dort auch noch nicht gesehen aber hat er einfach gemacht und bis zum nächsten mal macht's gut und tschüss tschüss